. Natja Abdel-Faag vier Wochen nach dem Krankenhausaufenthalt, dieses Foto überrascht. Sie schockte uns alle mit ihrem Krankenhausaufenthalt vor vier Wochen. Jetzt meldet sich Natja Abdel-Faag wieder und überrascht uns mit ihrem Foto. Immer wieder kommt sie wegen ihrer Gesundheit in die Schlagzeilen. Natja Abdel-Faag 52, musste vor vier Wochen wegen einer Grippe ins Krankenhaus. . Sie hatte unbedingt wie geplant in Krümels Startlauf Mallorca auftreten wollen, doch sie überforderte ihren ohnehin von Gewichtsabnahme und Leberzirrhose geschwächten Körper. Sie erkrankte an Erbrechen und Durchfall und beschloss schließlich, ins Krankenhaus zu gehen. . Sie wurde durchgeheckt, ein verschleppter Virus diagnostiziert, erklärte ein Vertrauter von Nadel gegenüber Bunte.de. Nun hat sie sich wieder zu Wort gemeldet nach ihrem Krankenhausaufenthalt und ihr Bild und ihre Worte überraschen. Beides seht ihr im Video oben. .